Ahoi, mein Name ist Manuel Wolf und ich kandidiere für die Piratenpartei Dresden für den Stadtrat im Stadtteil Altstadt, Johannstadt, Wilstrofer Vorstadt und alles, was dazu gehört, Wahlkreis 1 und in meinem Heimatbezirk in der Südvorstadt für den Stadtbezirksbeirat. Mir sind zwei Dinge besonders wichtig, die habt ihr vielleicht schon auf den Plakaten mit meinem Gesicht gesehen. Einmal steht da Kultur auch neben der Bühne und Behörde auch von zu Hause. Ich denke, das zweite erklärt sich ganz schnell, Behörde auch von zu Hause. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Behördengänge, Amtsgänge hier in Dresden sowohl analog im Bürgerbüro, aber eben auch digital möglich sind. Dazu müssen wir analoge Prozesse hinterfragen, wie sinnvoll diese sind und erst wenn sie sinnvoll sind, auch wirklich digitalisieren. Die andere Sache, Kultur. Was ist Kultur? Kultur ist für die Landeshauptstadt Dresden leider häufig nur das, was die Touristen in die Stadt spült und für uns Piraten ist Kultur deutlich mehr, nämlich immer dort, wo Leute sich treffen, um etwas Schönes zu schaffen. Wir haben es auch auf dem Plakat stehen, Dresden ist nicht nur die Semperoper. Viele kleine Projekte brauchen eine dauerhafte, gesicherte Finanzierung, damit wir hier schöne Dinge schaffen können. Am 9. Juni Piraten wählen. 2. Juni Piraten 4. Juni Piraten